Ist vorhin, anderthalb zwei Längen der Vorteil, gegen La La Land, dann Roubaillat vor South Africa, Ancona und Pretorius. So geht es nun den Berg hinauf, Frankel Storm, die Stute aus England führt, dann zweiter Position, La La Land, außen Roubaillat, dann South Africa, Pretorius hat sich etwas verbessert und Ancona nun am Schluss des Feldes, aber alles noch dicht zusammen, nur Frankel Storm hat weiterhin anderthalb zwei Längen Vorteil. Die Stute den Berg hinauf, also vorn, außen Roubaillat, jetzt an zweiter Stelle nur noch eine Länge zurück, in La La Land, Pretorius als vierter weiter nachgerückt, dann Ancona vor South Africa. Und so geht es auf den Schlussbogen zu und jetzt auch hindurch mit Frankel Storm an der Spitze, dahinter Roubaillat sofort in Position, La La Land setzt nach, Pretorius außen, Ancona wird jetzt gebracht, kommt auf freier Bahn auf Touren. Und Roubaillat geht heran an Frankel Storm, aber die führt noch, Frankel Storm, Roubaillat, dahinter Ancona, innen versucht es La La Land, South Africa kommt frei, aber Frankel Storm legt zu, Frankel Storm, Roubaillat außen, an zweiter Stelle geht jetzt vorbei, Roubaillat und Frankel Storm, Roubaillat vor Frankel Storm. Und Roubaillat gewinnt am Ende den Juniorenpreis vor Frankel Storm, dann La La Land vor South Africa, Ancona und Pretorius. Untertitelung des ZDF, 2020